Mein Name ist Salvatore Mangani. Wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt. Welcher Position spielst du? Ich spiele auf der Linksverteidigerposition. Was waren deine bisherigen Vereine? Meine bisherigen Vereine waren der DJK Voltenheim, der SV Sandhausen und der KSC. Wer ist dein Vorbild? Mein Vorbild ist Cristiano Ronaldo. Welche Mannschaft nimmst du bei FIFA? In FIFA nehme ich immer Real Madrid. Was sind deine persönlichen Ziele? Meine persönlichen Ziele sind es, Fußballprofi zu werden.